Ich bin jetzt in der Seltsalstraße und werde mal den Horst Nietzsche besuchen, der so weit um die Wälde rumfährt. Moche, Angelia, wo ist denn dein Göttergatte? Der ist schon wieder mit dem Motorrad unterwegs. Was, hat die Maschine für uns jetzt mal warm gefahren? Ja, ein bisschen warm, lauwarm, lauwarm. Und mit diesem, man kann schon sagen, Apparat fast, warst du unterwegs jetzt? Ich war damit öfters unterwegs, ob das Sibirien oder Schottland war oder Türkei, überall. Die letzte Fahrt ging zum Baikal, richtig. Wie lange warst du denn da unterwegs? Drei, dreieinhalb Monate. Und wie viele Kilometer waren das? Ja, das waren so 34.000, 35.000. So viel. Hast du jetzt mal eine Frage? Mich würde dir mal interessieren, gibt es einen Streckeplan, wie ihr gefahren seid? Nein, der Weg ist das Ziel. Wir planen nicht. Wir fahren da, wo es schön ist, wo es uns gefällt. Man hat natürlich schon die grobe Richtung vor. Ja, klar. Baikal. Und da sollte man dann auch irgendwann hinkommen, gell? Nee, aber... Ich würde sagen, wir gehen mal rein und betrachten uns mal ein paar Bilder oder mal einen Plan genau. Gerne, gerne. Können wir machen. Horst, du hast jetzt die Karte hier ausgebreitet. Jetzt kannst du auch mal erzählen, genau wie ihr gefahren seid. Wilfried, wir sind Ende April, Anfang Mai von Ingelheim, Richtung Steibis, schönen Allgäu. Über Slowenien und Split. Mosler haben wir nochmal am 28.04. reingeguckt. Ins schöne Montenegro, über Albanien, Mazedonien, Oretsee. Ging es dann hier rum, unterhalb von Sofia vorbei, nach Bulgarien, Richtung Schwarzes Meer. Konstanza. Und dann hier oben Richtung Ukraine durchs Donaudelta, Moldau. Und dann geht es hier oben weiter Richtung Odessa. Da waren wir schon am 08.05. Da siehst du mal wieder. Da kommen wir hier oben raus in Odessa. Und da sind wir dann über die Krim, also Sevastopol haben wir uns noch angesehen, gell. Und dann sind wir über Rostov am Don, über Volgograd gefahren, ne. Und dann ging es weiter, Volgograd, Samara, Ufa, Jelabinsk und Omsk. Und von Omsk sind wir dann hier über Novosibirsk, Kemerov, Krasnoyarsk. Haben wir hier noch einen kleinen Abstecher nach Bratz gemacht. Das ist ein schöner Stausee. Und dann kamen wir in Irkuts am Baikalsee an. Das ist eine Riesenstrecke, gell. Ja, das ist jetzt hier zwar eine kleine Landkarte, aber man hat die Anhaltspunkte, die man braucht. So, dann haben wir hier am Baikalsee ein paar Tage verbracht. Wobei man hier um den Baikalsee nicht drum rum fahren kann. Man kann ein bisschen mit dem Schiff drauf rum fahren. Wir haben es probiert und sind auch bei Zeiten stecken geblieben. Und dann ging es runter nach Bernaul, Semi, Richtung Almati. Und von Almati, da mussten wir dann langsam wieder mal, das ist dann der Rückweg. Da sind wir hier durch die Hungersteppe am Aralsee vorbei, Samara. Und dann sind wir wieder über Wolgograd heimgefahren. Und das ging dann allerdings Wolgograd über Polen, Lemberg, Krakau. Da fehlt leider die Karte. Breslau, Dresden. Und dann hatten wir schon wieder deutsche Schilder. Da konnten wir uns wieder verständigen, wie es heimgeht. Ja, ja. So kommen auch die vielen Kilometer zusammen. Ja, ja. Und bleiben wir mal mit, ihr seid jetzt unterwegs. Ihr müsst ja übernachten. Wie habt ihr das alles gemacht? Das, da gab es unterschiedliche Varianten. Wenn das Wetter gut war, haben wir gezeltet. Wenn was defekt war, haben wir am Motorrad abgebrochen. Oder so. Da sind wir in LKW-Unterkünfte, die sind rund um die Uhr auf. Das hier vollkommen neu. Da kriegt man Verpflegung rund um die Uhr. Man kann schlafen, solange man will. Aber das ist erst in Russland die LKW-Unterkünfte. Habt ihr auch mal einzelne Städte besucht? Oder Sehenswürdigkeiten? Wir waren in Kirchen drin, ja. Ja. Und das frühere Stalingrad? Ja. Also jetzt heißt sie anders. Volgograd. Volgograd. Sehr schöne, sehr schöne Stadt. Und da waren wir auch in einem schönen Hotel untergebracht. Preiswert. Und ja. Gibt es in Stalingrad noch was zu sehen, was auf den Zweiten Weltkrieg hindeutet? Ja, da sind noch große Wohnblöcke im Urzustand belassen worden. Wie so 45 von den deutschen Truppen, ja, da liegen gelassen worden. Ja. Und das sind so Denkmäler. Ja. Und ja, Kriegsfahrzeuge, Panzerflugzeuge, alles ist da aufgebaut. Das Ehrendenkmal da, Mütterchen Russland. Ja. Und die Strecke jetzt an sich, kann man hier nicht vergleichen, wenn man bei uns rumfährt? Sag mal, du bist jetzt schon am Eck im Osten drin. Wie sieht das aus? Ja, das ist, das kann man schlecht beschreiben. Ich weiß hier, ich kenne hier wenige Feldwege, die man damit vergleichen kann. Ja, ich denke mal so wie in den 50er Jahren, wo es bei uns noch keine Asphaltstraßen gab, wie die Rotweinstraße noch ein Feldweg war. Ja. Und um die Großstädte, da sind natürlich Asphaltstraßen, aber so im Landesinneren, wenn man von der Hauptroute abgeht, da braucht man schon ein kräftiges Motorrad mit dementsprechend Bereifung. Wenn es da anfängt zu regnen, nicht nur das Land ist groß, auch die dicken schwarzen Wolken, wenn es da mal runter macht, entweder hast du eine Unterkunft oder du sagst ab, da brauchst du schon Traktorreifen. Jetzt interessiert mich hier mal, ihr seid längere Zeit unterwegs, da gibt es ja Ereignisse, die einfach noch im Kopf bleiben. Gibt es da was zu erzählen? Ja. Zum Beispiel, wenn du am Aralsee vorbeifährst, also zwischen Aral und Baikonur, da hörst du auf den Motor, dass da kein Pupschen kommt und dass das Ding schön rund läuft. Die Temperatur, weil da ist es einfach heiß. Und da hörst du auf den Motorklangen und wehe dem, der verändert sich oder es passiert irgendwas. Zum Glück hat die KTM, mit der ich gefahren bin, ungefähr 155 Kilo, also plus Zuladung, die Alu, Koffer und Zelt und Gepäck und Reifen, alles und Ersatzteile, was wir dabei hatten. Da kommen wir ein ganzes Stück über 160 und die kann man alleine noch heben. Mein Kumpel, der dabei war, der Ingolf Herbold, der hat dieselbe Maschine gehabt und der macht größere Touren. Der hat schon mehr Erfahrung. Deswegen ist es ratsam, sowas nicht ganz alleine zu machen. Zu zweit ist immer gut. Eine andere Sache, mir ist beim Tanken, der Tank war voll, ich wollte losfahren, auf einmal ein malendes, klackerndes Geräusch. Was war? Das Radlager war kaputt. Angehalten, festgestellt, okay, Radlager. Alu-Koffer unter dem Motor, Hinterrad ausgebaut. Doch, jetzt war es dunkel, es gab nichts mehr. Wo ist die nächste Stadt? Der ist dann am nächsten Tag mit dem Hinterrad, mit dem kaputtenen Lager ins nächste Städtchen gefahren und er hat ein Russenlager sich einbauen lassen, was genau gepasst hat. Dann kam der zurück und da hat er gesagt, wir müssen anschließend nochmal in die Werkstatt. Habe ich gesagt, bei uns läuft doch alles. Ja, wir sind eingeladen und, und, und. Die kamen mit dem Kerschergerät, haben uns die Motorräder sauber gemacht. Nicht einen Euro wollten die dafür haben, für das Radlager zu wechseln. Jetzt fahren wir hier irgendwo in die Werkstatt, lass dir mal was machen. Die sagen dir, was es kostet. Also man lernt Leute unterwegs kennen, wo du auch mal eingeladen bist. Auf jeden Fall und das sehr, sehr oft. Oder man ist mal durch die Stadt geführt worden. Ich meine, die haben da Großstädte, mehrere Millionen. Du bist zwar reingekommen, aber wo ist jetzt der richtige Ausgang? Das ist, wenn du in Frankfurt reinfährst und du weißt nicht, wo du hinten rauskommst. Ja, da ist einer vorne weggefahren, hat uns den Weg gezeigt, dass wir wieder auf der richtigen Straße weiterfahren können. Das ist ja verrückt. Alles für nichts. Das war Gastfreundschaft. Das ist schon enorm. Die helfen sich auch untereinander, wenn du mal liegen bleibst, kommt gleich einer und hilft. Wenn ihr jetzt unterwegs seid, seid ihr auch mal in der Wüste. Ja. Wie ist das mit Tankstellen? Wie macht ihr das? Deswegen haben wir einen großen Tank drauf, da gehen 26 Liter rein. Ja, gut. Und da kannst du schon mal von morgens bis abends fahren. Und jetzt hält es jetzt und wie macht ihr das mit dem Frühstück? Geht ihr da wohin oder habt ihr da schon eingekauft? Entweder haben wir was dabei, ein bisschen Hartwurst, Brot. Also das ist nicht wie im Sechs-Sterne-Lokal da. Das ist halt dementsprechend. Oder man muss halt durchfahren, bis man ins nächste Städtchen kommt. Das war auch schon mal abends 10 Uhr. Aber wir haben dann eine Unterkunft gefunden, den ersten Polizisten angesprochen. Der ist dann mit seinem Jeepchen da vorne weggeeiert und hat uns geklingelt. Das Lokal ist hell geworden. Dann kamen zwei Gäste. Und ja, dann kamen um halb elf, wie wir unter der Dusche waren. Also nacheinander. Dann kam nochmal, die Polizei hat nochmal die Papiere kontrolliert. Also du hast es doch gemacht? Ja, die Kontrollen, die sind da schon... Ja, also man braucht ja auch Visas, wenn du dann... Einreise, Ausreisestempel brauchst du. Das brauchst du. Also du hast viel Erfahrung mitgebracht, würde ich mal sagen. Und das bleibt auch selbst nach im Kopf. Ja, wenn man so anfängt zu erzählen, da kommt wieder eins zum anderen. Das ist ja denn das Schöne. Das ist klar. Also danke, dass du uns das jetzt alles so gezeigt hast. Ja, das ist doch schön. Und wenn die nächste Reise kommt, ne... Kannst du dich mal melden. Klingel bei meiner Frau, ich bin irgendwo. Ja, das ist gut.